Heute Morgen, als ich zur Arbeit ging, um 7.30 Uhr, hat es mal ganz kurz geregnet, oder besser gesagt geschüttet. Danach kam die Sonne raus und es war den ganzen Tag über sehr klar, blauer Himmel und sehr schön gewesen. Obwohl ich von dem Wetter nicht so viel mitbekommen hatte, weil ich eben in der Firma war. Und da konnte ich eigentlich nicht so viel von draußen sehen. Aber es war sehr heiß gewesen, so etwas über 30 Grad. Ja, und in der Firma haben wir meistens gekühlte Räume, weil das eine pharmazeutische Industrie ist, wo die Temperatur sehr gut gekühlt wird. Und da ist es einigermaßen angenehm zu arbeiten, auch wenn es draußen heiß ist. Okay, das war für heute.